Wenn die EU seit 13 Jahren zu Julian Assange nicht das geringste zu sagen hat, dann ist das das aufrichtigste Glaubensbekenntnis, das sie je abgegeben hat. Denn in diesem Fall geht es nur an der Oberfläche um Assange. Es geht um Recht, Demokratie, Gesetz und Freiheit. Es geht um Regierungskriminalität und Kriegsverbrechen. Es geht um die Unterdrückung von kritischem Journalismus, die Abschaffung der demokratischen Rechenschaftspflicht und die Zerschlagung bürgerlicher Freiheiten. Mit Assange steht oder fällt das Grundprinzip von Pressefreiheit und Demokratie. Wenn dieselbe EU ausgerechnet zu Assange seit 13 Jahren nicht das geringste zu sagen hat, dann könnte sie deutlicher nicht zeigen, für welche Gesellschaft und welche Werte sie in Wahrheit steht. Vergessen Sie nie, ihre Freiheit ist nicht am Hindukusch verteidigt worden. In Wahrheit geht sie gerade in der Zelle eines britischen Hochsicherheitsgefängnisses zugrunde auf sechs Quadratmetern.